Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkai-Chi 2 mit mir, TMW Estrath. Lass uns weitermachen, baby, ja. Hier ist Freezas Orbiter Raumschiff und jetzt, ja. Ende des letzten Parts wurde angekündigt, Shodan zwischen Brüdern. Ja, lass mal sehen. Oh, die Ginyo Force ist eingetroffen. Mit der Ginyo Spezialeinheit im Rücken greift Freeza Coolas Raumschiff an. Zabon will den Moment nutzen, um den letzten Dragon Ball aus Freezas Schiff zu holen. N-n-nanda, Zabon janeekan. Bibirasin janeekan, kono Zabko ga. Hm? Shabella, namamono mei. Vatashino hana ga magaru deonai ka. N-nanda too? Daga... Doei wa kisama ippiki no yodana. Hoah! Nanda ten da joo... Das trauen da sich zu sagen? Alter, okay. Guldu will jetzt definitiv Rache. Ah. Ja. Dann wollen wir doch mal. Zabon, ich glaube, es wäre gesund für dich, wenn du nicht zu viel auf deinem hohen Ross sitzen würdest. Deine äußere Erscheinung ist auch vergänglich. Daran kannst du dich ewig festhalten. Das ist ein... Ein, äh... Ein, äh... Kein handfestes Argument, also. Oder wasserdichtes. Oder was auch immer. Wie man das immer noch nennt. Oh, blocken kannst du gut. Äh... Wer war das jetzt nochmal? Wie ihr da jetzt... Ich hab's schon wieder vergessen. Flash, schließen wir das jetzt an. Ab mit Tanz des Blutes. Ah. Guldu, ja genau. So hieß er, genau. Guldu. Okay. Das war's dann aber auch erstmal. Und endlich ist es soweit. Zaubern hat ein Level abbekommen. Klasse. Vielleicht zahlt sich der Traum von ewigen Jugend und Schönheit doch noch aus. Zaubern besiegt Guldu, der die Dragonbots bewachen sollte. T-Täme. Zaubern vereint, Schönheit und Hässlichkeit. Das ist die Wurzel von Zauberns Obsession. Nachdem er alle Dragonballs gesammelt hat, kehrt Zaubern zu Krillin zurück. Wo ist eigentlich Son Gohan geblieben? Der wird doch nicht... Äh... Um Himmels Willen. Ey, der wird doch nicht irgendwie kalt gemacht, oder? Na ha ha... Ey. Hallo? Son Gohan ist ein sechsjähriges Kind, oder so? Hä? Hallo? Ne, also... Das will ich jetzt mal nicht glauben, dass das so ist, ja? Der muss doch irgendwo noch hier auf Namek rumeiern, oder nicht? Also, entschuldige mal. Naja, gut. Dende! Krillin... Ach, da ist er doch. Krillin und... Ah, da ist auch Zaubern, ja. Krillin und Zaubern-Freezer... Äh, ach, was? Warte mal. Krillin zieht Zaubern-Freezer vor und bittet Dende, Zauberns Wunsch zu erfüllen. Dende ruft Porunga und gewährt Zauberns Wunsch, hält aber in den letzten beiden... Äh, hält aber die letzten beiden Wünsche geheim. Oh, ja, du hast es geschafft, endlich. Ich habe... Eheh, du hast es geschafft, dass ich mir die Ehe des Zauberns in den letzten beiden Wünsche geheimnisst habe. Wow, was für eine meisterhafte Beschwörung von Porunga, dem mächtigen Drachen von den Namen Kianan. Ich bin überwältigt! Hehehe, das war gut, Zaubern. Das war's, dann geht's. Dann, naja. Krillin wünscht sich Piccolo wieder lebendig und alle Guten auf die Erde. Gleichzeitig spürt Freezer Porungas Anwesenheit. Schockiert bricht er eilig auf. Oh, ja, jetzt kriegst du Ärger, Zaubern. An deiner Stelle möchte ich jetzt nicht stehen. Ganz ehrlich. Das ist jetzt scheiße gelaufen. Ja, ob wir das hinkriegen? Ja, werden wir sehen. Oh, oh. Wow, aber auf jeden Fall ist Freezer derbsgewütend. Nein! Ja, so wütend, dass er permanent seinen Todesstrahl... ...mit, damit uns zu spammt. Wow. Und das, obwohl er ja sogar ein Max-Power-Modus ist. Respekt. Obwohl er was Besseres machen könnte. Jetzt nochmal. Vielleicht machen wir das selber auch. Spammerei gegen Spammerei. Wah! Ach, scheiße. Ich hätte nicht die Richtungstaste oben drücken dürfen. Oh! Ha! Steck dir deine Telekinese oder Psychokinese sonst wo hin. Plot Freezer. Yay! Aber ewige Jugend und Schönheit heißt doch jetzt nicht und Sterblichkeit, oder doch? Nee, ich glaub nicht. Ja! 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 Super! Freezer ist down. Aber ob es das jetzt war? Nein! Das war es noch nicht. Vielleicht müssen wir noch gegen Ginyu Force kämpfen und... Oh mein Gott, nee, darauf habe ich keinen Bock. Müssen wir jetzt mit... Alle... Mit... Mit Zaubern? Alle? Die noch auf Namek sind übrig... Kaputthauen oder was? Das Taubern hat die ewige Jugend, doch... Angesichts... Freezers Macht ist das nichts wert. Ha... 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 Ho... Washington... W-Ulso-lso-lsoy... Kau-Heinni Ute O-Kamared Uta-Konno-Kot-Des-Y-O-Konno-Ko-Des-Y-O-Ko-Kon-Masaka... Es gibt keinen Sinn, dass Frieza nicht unnötig unnötig sein kann. Da hat Frieza ausnahmsweise mal recht. Da gebe ich ihm recht. Ja, aber gut. Wir wollen jetzt Zabon nicht unnötig noch down machen. Ja. Da taucht Son Goku! Nach einem Training mit 100 Pfarrer Schwerkraft auf Namek auf. Wow! Was? Was? Sagt bloß, wir müssen jetzt zusammen mit Son Goku und Frieza zusammen gegen Zabon kämpfen. Das wäre jetzt der Oberhammer. Das wäre so gemein. Ernsthaft. Und dann, wenn wir Zabon ausgeschaltet haben, würde dann der klassische Kampf zwischen Son Goku und Frieza beginnen. Und die Super Saiyajin-Form würde kommen. Das wäre eine super alternative Handlung, Leute. Aber nee, wir müssen nochmal mit Zabon kämpfen. Aber vielleicht kämpfen wir jetzt mit Zabon. Ja, warte mal. Zabon erscheint verloren, als der Hell Son Goku erscheint. Ich weiß nicht, dass die Krillin nicht so fühlen. Was ist das? Was ist das? Die Krillin nicht mehr da sind. Ich weiß nicht, dass die Krillin nicht mehr da sind. Ich weiß nicht. Okay. Son Goku und... Zum Abwechslung hol ich mal Son Goku rein, okay? Aber wir können uns jetzt nicht in einen Super Saiyan mit Son Goku verwandeln, oder? Das ist ein interessanter Kampf jetzt, wirklich. Nein, Mist. Oh nein! Ich hasse den Todesstrahl von... von... von Frieza, wirklich. Ich kann den nicht ausstehen. Seht ihr? Nein, Alter! Ein Grund dafür, wäre... Was machst du denn das um Goku? Ach, komm, Frieza, komm rauf. Todesball. Oh-oh. Klasse, Frieza! Gratulation! Den Friedensnovellpreis kannst du streichen. Obwohl, den gibt's ja bestimmt auf deinem Heimatplaneten gar nicht, ne? Oder vielleicht doch, vielleicht für Zerstörung. Oder für Planetenhandel oder was, keine Ahnung. Ah! Ach komm, was reg' ich mich auf? Ich hab' doch noch so viel Energie im Gegensatz zu Freezer. Und ich hab' noch Zabon, ja, also. Da kann so schnell nix passieren. Aber so langsam tickt er richtig aus. So. Hoffentlich trifft das. Oder auch nicht. Und doch! Super! Klasse! Ja, Baby! Mach' ihn alle! Ah, nein! Kaioken ging schief. Leute, ganz ehrlich, Freezer ist so winzig klein im Gegensatz zu Son Goku. Das... Das überrascht mich ein bisschen. Ach, kacke! Mann! Lass mich doch mal meine Kaioken einsetzen, du Schwein! Der macht genau das Hebel wie ich gerade, was ich aber gar nicht gemacht habe. Das ist, glaub' ich, so ein Ultra-Mega-Block, der kostet uns sogar ein bisschen Key. So. Gib's dir jetzt Ruhe. Oh, der wird zu Tennis mit mir spielen. Bäm! Bitten in die Fresse. Waren ja nur zwei Schläge. Aber es ist immer noch nicht zu Ende! Was ist denn da noch nötig, damit... da mal Ruhe gegeben wird? Hä? Gemeinsam scheinen Saab und uns nach Goku Freezer gewachsen zu sein. Doch! Jetzt erinnerst du mich wirklich gerade stark an Krillin. Der hatte nämlich auch im Inneren seiner Augen diese Hautfarbe. Nani? Holtouka? Ja, ich mach's, ne, Chikinji. Dann lass' diesen Freezer-Sama'n älteren Schinn-Sagate'n In diesem Moment erfährt Freezer von seinem Handlanger, dass Kula unterwegs ist. Freezer eilt davon, um Kula zu bekämpfen. Und Saab und Sengoku... Ja, was ist denn jetzt mit den beiden? Ha. Hm. Gucken wir doch mal, was passiert. Bang, bang, boing. Das ist so ungewöhnlich, ein bisschen mit... Son Goku als Partner und der, und den wir spielen, ist eigentlich einer, der uns nach dem Leben trachtet. Das ist... Ja, unser lieber Son Goku. Seine Naivität ist schon sehr unterhaltsam. Son Goku, die sind schon sehr unterhaltsam. Das ist nicht so, dass es nicht so ist. Son Goku! Omae no nottekita' Utsuussehde kononami kseo dashstusselnodda. Oh, ah! Soos shikaneh ka? Sos 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 shikaneh ka? Dodoria und Guldo. Krass. Na gut. Das wird bestimmt schon klappen. Wir sollen es auch ummachen. Okay. Es war jetzt zwar zweimal dasselbe, aber... Ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne, yeah, baby. Und jetzt bitte ich trotz des Blutes. War es aber misslegen, eine große Klasse. Ah, nein. Mein Kee! Nein! Wie schafft er das? Wie hat er das denn jetzt gemacht? Wie schafft er es, um uns mit einem Streich so viel Kee abzuziehen? Dieser kleine... Dieser, wer auch immer, Pinky Boy. Bitteschön. Bitteschön. Ah, nein. Ah, ja, Guldu, komm mal rein. Du hast aber deutlich weniger Energie als Dodoria, ne? Das ist eigentlich für mich ein bisschen tröstlich. Ach, du hörst ja diese Telekinese-Zeugs, ne? Das kann ich auch. Und meins ist gelb. Ach, Moment. Ich hab mich ja gar nicht nach den Dragon Balls umgeschaut. Aber hier ist es gar keiner. Ja. Eigentlich ist es ziemlich unrealistisch, nochmal nach Dragon Balls zu suchen, weil sie doch jetzt bestimmt zu Steinen verwandelt worden sind durch unseren Wunsch. Okay. Dodoria. Komm her. Und wir machen das Letzte mit dir. Das Letzte. Ich mein den letzten Schliff mit dir. Bam. Aber er lebt immer noch. Also der ist C, der Junge. Bam, 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 bam. Ach. Nein. Nein. Okay, komm, möbel mich noch einmal durch. Kurz bevor du dich verabschiedest. Bam, 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 bam. Ja. Zabon, vielleicht wird dein Traum... Ja, nee, dein Traum ist ja jetzt eigentlich in der Füllung... Ja. Fertig. Super. Wir haben das Kapitel abgeschlossen. Aber aber jetzt ewig Jugend und Schönheit tatsächlich. Ja, weißt du, ob er jetzt ewig jung bleibt? Mag ich mal zu bezweifeln, weil... Ja. Man musste ja mit Porunga auf Namekian sprechen und Dende kann einfach mal entscheiden, was er sich wünscht, ja. Dende muss ja mit ihm reden, ja. Gut. Wir haben es geschafft. Schöner Verrat ist abgeschlossen. Sehen wir mal, wie das zu Ende geht. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Schöner Verrat ist. Hey, ich werde schnell raus. In der nächsten Moment,悟空 hat sich plötzlich aussehen. So, Kuri-Lin hat die Welt gebeten,悟空 zu移動. Wo ist das,孫悟空? Was ist das? Nameksei war der Fliezer und der Kuhla-Gun-Gang mit dem Krieg. Er war schon so weit weg. Zerbohm war der Flughafen der Welt, und er hat sich aus dem Nameksei herausgelegt. Wie kann man sich das? Geh! Ah! Der Schmuck! Ich bin der Schmuck! was für ein weises schlusswort naja okay es ist ja es ist ja eigentlich okay wenn man sich wenn man sich für schön hält ne aber es soll jetzt nicht in arroganz enden da würde ich vielleicht auch mal vielleicht sagen dass vielleicht eher dass das eher die dosis das gift macht so aber leute ich will jetzt noch obwohl ich glaube ich mach das vielleicht nächstes mal weil uns fehlt jetzt nämlich noch ein kapitel und zwar ein was wäre wenn kapitel das muss ich aber erst nur noch freischalten und zwar in der buh sage habe ich das leider irgendwie verbockt da müssen wir ging mit seinen guten ging es von go an kämpfen und das habe ich ja nicht geschafft das werde ich dann jetzt mal versuchen nachzuholen aber leute wir sehen uns dann das nächste mal wenn wir das angehen okay ja bis zum nächsten mal euer team west rough und ciao und ich gehe jetzt vielleicht obwohl ich habe keinen hunger da musst du dich selbst versorgen son gogo tschüss ja ich hab's kapiert